war es jetzt richtig wir hätten vielleicht noch gucken obwohl da war nix wenn alle waffen haben wir aufgehoben ich probier es einfach geronimo oh nein ich sterbe ja fünf meter davor mir interessiert wo komme ich jetzt raus ach komm hinten oder was jetzt habe ich mit einem 9 ich habe 51 hast du mir irgendwelche geben warum habe ich dann 51 ist irgendwas gekauft kann ja nicht sein warte mal eben vielleicht hast du was gedrückt und durchs handeln oder so darf man kann es automatisch drücken man kommt nicht rüber nein das war woanders ganz knapp davor was so hier auch viecher ich mache jetzt eis schaden noch zusätzlich die eis schaden ist geil ach ich kann weiter tschüss was haben wir denn hier für eine mission und wer interessiert keine sie und wo ist das mach ich nicht ach da hinten äh mhm ok oh was ist denn hinter dir was denn ach die kleinen misstwiecher na komm die hole ich mal mit eischaden hier weg ich hab sie angegriffen ähm da ist sie ja sieht aus als würde er schlafen meinst du er schläft ah da ist sie ja sieht aus als würde sie schlafen antwort den scheiß schaden eingefroren das ein bisschen bei mir gelegt ich habe das gar nicht gesehen was einfach ganz hat denn ja war die vier nerven nein ich nicht Aua jetzt ist das echt mal ich habe ein riesiges wasserloch gesehen aus dem ein hell violettes licht heraus schoss ich habe die ohren mit teubelstellen gebete eines uralten volkes gehört die aus seinen tiefen hervorgehen was denn warum denkst du mich treu dich gleich wieder ach komm guck mal die eisflocken drumherum guck mal siehst du das ich bin eisflocke ich bin eisflocke du bist ne scheißflocke ja ich bin eisflocke ich bin eisflocke ich bin eisflocke ich bin eisflocke dein sterbe schau dich mal um ob du ihn siehst warum musst du durch die gegend schwingen jetzt mal hinten meine freunde granaten für alle das ist der provian schieff 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 ich habe keine munition war okay das können vielleicht gleich ändern muss gucken wahrscheinlich ich habe wahrscheinlich wieder irgendwo was noch ja wahrscheinlich wieder die ich ähm einsetzen kann dafür dass ich wieder mehr munition haben kann das bestimmt so kommt er ich nehme den linken einfach oder wir müssen aber nur wieder in die stadt liegen ja wir können wir müssten ja sowieso bald wieder zum beruf da oh ey die viecher nicht da kommen grad so viele da raus naja nicht ah besiege jetzt zwei von denen siehst du das zwei von drei haben wir ok wir sind nur wieder rüber ja ich mach's dir noch kalt hier oh Mondsteine war wieder ein Mondstein das war zu früh der Stampf voll verreckt schon wieder und ein Levelaufstieg voll in den Lava das habe ich den Stampf eingesetzt warum machst du denn sowas das war ein tick zu früh eben ja deswegen haben wir nur ein tick zu früh doch klar dass ich das meine die Leute noch guck mal guck mal ich bin Brotweb 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 ja klar Brotweb oh das ist ein Schafbock es gibt sie wirklich ich glaub er hält mich für seine Mutter der Idiot ich seh ihn kein bisschen ähnlich öh ob das ob das bedeutet dass es im oder draußen auch tatsächlich ein Wasserloch liegt ein riesiges Wasserloch aus dem ein hell-violettes Licht hervorzieht und am dessen 10.000 oben betäubend die labern ja wo willst du jetzt ne ich hab genug gewartet dass er fertig wurde damit ich die Quest abschließen kann dann lass uns irgendwie wieder durchgehen erstmal so Concordia haben wir grad nicht ne wir haben jetzt noch was im stillen Ödnis oder so ich weiß gar nicht wo das ist das näher ist und sonst haben wir jetzt wieder wegreisen was grad hinter mir man sieht auf jeden Fall den Schatten geil ja ja nice gemacht oh links sind Gegner uninteressant mir egal hier frisst die Feuergranaten können wir direkt ruhig reisen ne 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 das ne 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 reise kartenausgang nein gab es ja nicht hier noch die das schwarze brett um moxys hintertür hintertür das habe ich eingeschaltet das ist das ist die bremse da wollte ich jetzt auch hin ja